Heute würde ich gerne das MAX-Trailer-Dreiachs-Teleplateau MAX 210 vorstellen. Das Fahrzeug hat eine Ladeflächenlänge von ca. 13.600 mm und ist zusätzlich um ca. 7.500 mm technisch ausziehbar. Wir haben hier drei zwangsgelenkte Achsen, die nicht nur mit der Kabelfernbedienung ferngesteuert werden können, sondern auch mit der Funkfernbedienung. Neben der ca. 2200 mm hohen verzinkten Stahlstehenwand haben wir unter anderem auch eine Bekamax-Zentralschmieranlage sowie ein Elektrohydraulikaggregat. Zu den VADA-Containertaschen und dem umfangreichen ZUR-Paket kommen zusätzlich noch Querrugentaschenleisten auf der Ladefläche hinzu. Alles in allem ist der Auflieger somit sehr flexibel für langen Material nutzbar. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ruft uns doch einfach an oder schickt uns eine Nachricht. Danke! Bis zum nächsten Mal.